Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rocket League Ranked. Ich bin heute immer noch live in meiner Streaming-Woche. Ich glaube, wir haben jetzt Samstag, also es wird ein bisschen knapp, aber gerne nochmal einschalten. Heute Abend ist der nächste Livestream. Sehr gerne dabei sein. Und in dieser Folge ist die erste Episode nach unserer richtig beschissenen Aufnahme. Wir haben 13 Runden in Folge verloren. Das sage ich euch, glaube ich, nochmal in der Folge gleich. Aber wir haben richtig schlecht gespielt und wir müssten jetzt gucken, dass wir ein paar Wins am Stück wieder mal rausholen. Ich bin auch nur noch da hin mit 2. Das ist schon echt richtig schlecht in meinen Verhältnissen. Und jetzt gilt es wieder ein bisschen nach oben zu kommen. Ob wir das schaffen werden, seht ihr in der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bevor das Video jetzt losgeht, hier ein kurzer Hinweis zu meinem Partner. Bei AOR kannst du Credits, Blueprints und Items extrem günstig kaufen. Und mit dem Gutscheincode AnyArt sparst du nochmal 3% auf deinen Einkauf. Der Link ist in der Videobeschreibung. Check den gerne mal ab. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession hier bei Rocket League. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in der letzten Aufnahmesession haben wir extrem krass verloren. Heißt, ich bin jetzt gerade auch nur noch Diamond 2, Liga 2, also richtig schlecht. Heißt, der gute Neko und ich werden uns jetzt mal versuchen, so ein bisschen Sicherheit zurückzugewinnen. Ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Kopfsache so ein bisschen zu aktivieren. Ich bin erstmal hinten. Ich chill gerade so ein bisschen mehr und bin nicht ganz so offensiv. Okay, dann rotieren wir. Ich gehe gleich drauf. Wow, okay. Alles gut, dann hast du... Ah, ne, habe ich nicht. Sorry. Aber schön. Habe ich auch nochmal. Sorry, du bist auch nicht gelandet. Ja, 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 ja. Mach du weiter. Ja, ja. Jetzt du. Kann ich. Schön. Ja, so kann man jetzt so ein bisschen Sicherheit gewinnen, ja. Und ich fahre jetzt mal... Nee, nee, geh mal weg, der Kollege. Ich bin bitte. Mach den selber rein. Aber mach du einfach. Schönes Ding. Es ist gerade echt schwer, weil ich muss mich hart konzentrieren. Ich, ähm... Rocket League ist reine Kopfsache. Und Rocket League gibt so viel über den Kopf, das denkt man gar nicht irgendwie. Oh, schönes Ding. Ah, ja, ja, der hat da irgendwie eine Scheiße gemacht oder so. Aber so ein Sieg würde uns jetzt richtig gut tun. You are super, John. Dankeschön. Danke. Freut mich. Sehr, sehr nett hier auch noch aufbauende Worte hier von unseren Gegnern. Alter, das wird ein Fast Airby geschafft, Alter. Oh, nice, ey. Du freust dich über den Fast Airby, ey, du Noob. Und dann passt es wieder so was. Ist noch heiß. Okay. Ich bin Mitte. Oh, hast du nochmal? Schön. Nochmal hoch. Ah, nicht bekommen. Oh, okay. Ist noch nicht dumm, dann? Nee, hab ich noch bekommen. Hab ich nicht dran, zusammen. Kein Boost mehr gehabt. Jo, willst du dann dran gehen? Ja, am besten du. Ja, ich bin ja schon vorne. Hab ich, alles gut. Okay. Schön. Ja, komm nicht mehr hinter. Aber du vielleicht? Hab ich nochmal, schön. Schön gemacht. Ich gehe nach hinten kurz. Ja, steck ich nach vorne. 2-0. Ja, komm ich noch dran? Ja, ist Zeit. War ja gar keiner da. Wir haben beide weggefahren. Ah, meine Güte. Also, es ist schwierig gerade, aber wir kämpfen uns in der ersten... Also, ja, ich hab jetzt wirklich ein paar Tage Pause gemacht, um so einfach mal klarzukommen. Weil ihr habt's ja gesehen am Samstag, ne? Das Video, wo ich euch da ein bisschen gezeigt hab, wie's gelaufen ist, so. Ähm, ja. Deswegen ist es halt gerade, tut es gut. Aber wir dürfen uns natürlich jetzt nicht darauf ausruhen. Nee, nee, das nicht. Oh, sorry, ich war auch von oben. Alles gut. Ah, dann nochmal hoch. Ist, äh, kannst du vielleicht spielen noch? Nice, Mann, schön. Ich wusste nicht genau, wie er zurückkommt, ey. Ich war genau an der Kante so. Lass du ihn noch einmal hoch? Ja, ich bin im Tor erstmal. Ich chill kurz so. Pass auf, der Biconder. Ja, ja. Oh, nein. Oh, schade. Da hab ich mich kurz irritiert. Äh, irritieren müssen. Ich sollte eigentlich drauf fahren zuerst, aber dann dachte ich hier, nee, kann ich doch nicht, weil er schon früher oben war als ich. Dann stand ich halt ein bisschen blöd da. Aber 3 zu 1, das ist, ich bin links. Ich mach nach links. So. Dankeschön, hab ich. Oh, schade. Oh, hat der gut gemacht. Ich bin jetzt mal wieder im Tor. Ich geh drauf. Hast du, hast du alles easy? Ah. Oh, schade, fast nochmal erwischt. Pass auf. Ja. Der kommt gefährlich. Aber hast du einmal? Ja, aber er auch nochmal. Hast du nochmal? Aber hab ich auch nochmal. Ei, ei, ei. Ich geh erstmal weg, bevor ich den spiele. Bin im Tor erstmal. Also das ist wirklich eine Runde, die wir uns einfach mal erkämpfen müssen. Da geht's nicht darum, irgendwie jetzt geil zu spielen. Oh nein, das war ein Fehler von mir. Das hätte ich nicht tun dürfen. Alles gut. Ich wollte dich da überspringen, weil ich dachte, ich komm da geiler ran. Und dann sind wir beide vorne. Ja, ich hab dich gesehen, da bin ich abgebrochen. Hab ich versucht abzuberechnen. Ah, das war ungeil. Deswegen so, das ist halt, das ist ein schwieriges Thema gerade. Kopfsache und einfach auch dann nicht zu viel wollen. Nice one. Aber schöne Anschlüsse machen wir hier. Aber die klappen immer gut. Ah, scheiße. Ja, aber deiner. Ja, ich muss den so nehmen, dass er die nicht blocken konnte. Oh, jetzt hast du ihn aber drin. Ja. Ich hab den anderen nochmal weggeschubst. So tot. Nice, nice. Der hat es ein bisschen wieder gut gemacht jetzt hier. Aber das war schon offensiv. Jetzt zweimal die beiden Gegentore gehen auf meine Kappe. Aber alle vier Tore dafür auch. So zumindest ein bisschen. Okay. Fake me jetzt nochmal. Mach ich nochmal eine Scheiße oder was? Nee, aber der fährt ganz ganz komisch ab. Ja, nice one. Nice one, nice one. Nice one, nice one. Schön, schön. Alles gut, alles gut. Ich stehe im Tor gerade. Ich stehe in die Wande. Gerade? Ich bin nicht dran. Aber ich wurde weggerammt mehrere Male jetzt. Alles gut, da ist glaube ich niemand. Eingetoppte kannst du lassen. Sorry. Alles gut. Hab ihn nochmal. Schön gemacht. Ist vorne. Jo, ich bin im Tor. Ich chill wirklich einfach ein bisschen mehr. Du machst das schon vorne. Hauptsache immer einen Sieg zurückholen. Und dann beide Runden jetzt in dieser Session hier. Dankeschön. Kann hier vielleicht beide Runden gewinnen in dieser Session hier. Das wird auch ganz nice schon mal. Boah, ich wollte mich voll ablegen gerade. Ich wollte weg dann. Aber ich habe gesehen, du bist auch da. Alles gut. Deswegen habe ich dich dann voll irritiert dadurch. Ist nicht. Ich bin auch mit. Einmal in die Mitte spielen. Reicht du das selber machen? Geh doch wie du willst. Das war doch mal ein schöner Pass von mir. Ausnahmsweise mal. Nice. Ist ja geil. Ich wollte es nur nochmal callen, dass du ihn auch hätte selber machen können. Aber die geben auf Leute. Und jetzt müssen wir halt reinklotzen. Der nächste Sieg muss jetzt her. Wir müssen uns zurückkämpfen. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde wieder. So, aber jetzt gegen den Clan. Ja, dann waren auch im Team. Klar, aber jetzt ein richtiger Clan. Pass auf den Fake auf vielleicht. Jetzt müssen wir den nächsten Sieg ranklotzen. Ja, gegen den Fake-Karton. Ja, oh, du. Ja. Ah, sorry. Mein Bad. Aber er ist noch heiß. Ich bin ein bisschen, ihr merkt es vielleicht selber, ein bisschen zu übermütig. Ich will zu viel. Ich muss da die Waage finden. Gerade. Aber schöner Pass in den Rückraum. Ich gehe kurz weg. Du musst erst mal alleine hier. Ja, ja, ja. Alles gut. Deswegen bin ich weggefahren. Habe ich nochmal? Einmal rein. Ich bin im zweiten Pfosten. Du hast keinen Boost. Ich sehe es, ja. Ich glaube, ich habe Boost. Oh. Oh, schade, ey. Wäre nicht da gewesen, wäre perfekt. Ja. Ich bin im Zor. Der Ball kommt. Oh, wie der flach geht. Ja, alles gut. Zerstöre ihn. Oh, er schwimmt genau dann hoch. Habe ich nochmal den Rebound? Gerade. Ja, davor, ja. Okay, habe ich nochmal. Hast du nochmal? Ja, ich gehe nach hinten. Ich gehe drauf. Einer jetzt. Ja, nee. Ich bin im Zor. Er kommt. Er kommt, er kommt. Böse. Aber hast du? Schön. Ja. Gut Tor. Ja. Keiner. Habe ich. Oh, der wollte mich zerstören. Da komme ich nicht gut hin. Alles gut, Knaller. Ja, doch. Oh, jetzt bin ich tot. Ich wusste nicht. Ich habe das nicht gesehen, weil. Boah. Aber schön. Boah. Da war einfach gerade nur, du warst tot und da war nur rauf und ich bin einfach gesprungen und dann. Oh Gott, oh Gott. Ich bin nochmal oben. Alter, wieder. Das Connect-Zeichen. Geil. Was da reingeht, da wirst du nicht. Alles gut. Habe ich in letzter Zeit irgendwie öfters. Pass auf. Oh. Ja, da waren beide hochgefahren. Also gerade müssen wir ein bisschen rauskommen mal wieder. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Schön. Bist du den spielen gleich? Ne, du standst du vor, leider. Ja, ich. Kann ich? Ja, Party verlassen. Alter, ich. Jetzt aber bitte raus. Ne, schau. Irgendwann ist es klar, dass er drin ist. Wenn wir da nicht rauskommen hinten. Meine Güte, ey. Da können wir uns aber auch nicht einmal rausbefreien hier. Das kann doch nicht sein. Da müssen wir ja gucken, dass wir das ein bisschen abstellen. Hatten wir in der letzten Session ja auch oft genug, dass wir da nicht rauskommen. Ja, du bist ja erst wieder online bei mir quasi, ingame so. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Habe ich? Okay. Bin mit dem Tor. Okay, habe ich. Oh, schade. Hast du nochmal, vielleicht? Ne, pass auf. Schön. Ich gehe nach hinten. Du kannst gerne drauf fahren. Ja. Pass auf. Ja. Schön. Alles gut. Fabin. Kann ich den Boost? Ja, danke. Ja, ja, nehme ich. Ja, schön. Und. Oh, schade. Ja, ja, komm, aber gut zurück. Ja, für dich. Oh, schade. Oh nein. Alles gut. Hast du noch? Hast du noch? Ach, schade, da hast du. Habe ich? Hat er? Oh, der kommt gefährlich. Aber ich glaube, alles gut. Nice one. Einmal nochmal, hast du nochmal, hast du nochmal, hast du nochmal. Und hoch das Ding. Schön, genauso. Aber hat er nochmal? Oh nein. Oh. Ja, falsch berührt. Habe ich aber nochmal, gut. Ah, ja. Ich bin extra weggefahren, damit der Ball nicht wieder reingeht. Und dann kommst du vielleicht halt an und bummst dann da zurück. Genau das wollte ich ja vermeiden. Ja, sorry. Das darf halt nicht passieren. Okay, nur zu zwei. Es ist echt eine harte Session jetzt, die auf uns zukommen wird. Das ist aber first, come on. Wollt um ihn wegzuschubsen? Nice. Okay, nice. Schönes Ding. Schön auch von dir hier. Und jetzt auf links. Nein, klar links, genau. Ah, wird schwer, glaube ich. Ich kann ihn höchstens. Ne. Deiner, ja. Nochmal. Nein, ja, 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 ja. Oh. Schade, okay. Okay, alles gut. Ich gehe in die Mitte zurück. Pass auf, Balkon. Ein Boost. War es so schön. Habe ich. Schönes Ding. Nochmal hoch. Ja, bitte geh. Ne, ich komme nicht dran. Ja, schade. Ja, Leute. Nice Ding. Also, ihr könnt es vielleicht selber mitfühlen, wenn ihr mal so ein bisschen eine schlechte Phase hattet und so, wie es wichtig so einfache Bimmel-Bummeltore sind. Geht nicht, alles gut. Ah, geil. Ich gehe ins Tor. Ich gehe ins Tor. Ich habe vollen Boost im Tor. Fahr einfach irgendwas, irgendwie macht einfach was. Genau. Nice one. Come on. Yes. Alter. Yes. Uh. Oh, Leute, ey. Das ist, äh. Äh, rechts, ne? Ja. Okay. Na, pass auf. Aber, alles gut. Ah, Mist. Schade, sorry. Habe ich. Aber hast du noch Locker? Ich gehe erstmal ins Tor. Du hast den aber gleich, entspannt. In dem Tor. Hast du nochmal? Ja, der kommt gefährlich. Ja, habe ich verkackt. Habe ich aber noch. Alles gut. Ah, den musst du nochmal haben. Ne. Alles gut. Jetzt aber. Schön. Ei, ei, ei. Ich bin, bitte. Ey, wie habe ich hier jetzt passiert? Ja, Leute. Ganz, 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 ganz wichtig. Von 0 zu 2 nochmal zurückzukommen, war ganz, ganz wichtig. Ah, schönes Ding. Ich bedanke mich für diese Aufnahme-Session. Wir versuchen uns in dieser Session nochmal nach oben zu kämpfen, auf irgendwie Diamond 3 wieder. Aber ihr wisst ja selber, ich bin auch gerade hier in meiner Streaming-Woche. Heißt, wir haben ja auch jeden Abend nochmal einen Rocket League-Stream, wo wir uns verbessern oder verschlechtern könnten. Deswegen mal abwarten, Leute. Bei nächstes sehen wir uns gerne wieder. Haut da rein. Macht's gut. Schöpfer, Neko, bei der Sonne, bleib ich mal oben da. Und Tsičkovski. Tschüss. Tschüss.